Ich bin der Karl Morgenbesser. Ich bin der Geschäftsführer der Familien-Arena in St. Corona am Wechsel. Wir haben uns für heuer einiges Neues überlegt. Wir haben das Wintererlebnis-Land kreiert. Das heißt, man muss bei uns nicht einmal mit Ski oder Snowboard anrücken, um trotzdem Spaß haben zu können. Wir haben eine Fun-Line kreiert. Im Sommer gibt es beim Biken die Fun-Lines. So haben wir das jetzt auch in den Winter transferiert. Das ist eine Linie mit Anleger, mit kleinen Huberl, mit Hupferl. Das heißt, alles im niederschwelligen Parkbereich kann man sagen. Und da können die Kleinsten die Freestyle-Elemente ausprobieren. Und wir haben eine neue Sumsys-Zeitmessstrecke eingebaut. Das ist bei uns relativ viel da. Das ist dann schon für die Sportlicheren, die sich gegenseitig messen wollen. Noch neu ist heuer unser Winter-BBQ. Das heißt, wir werden unsere Wechsellounge erweitern um eine Grillstation. Wechsellounge und Wheels, unser Foodtruck, wird einen Smoker dazukriegen. Und wir werden das Thema Winter-BBQ und Wintergrillerei gastronomisch dazu versuchen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.